einen wunderschönen guten abend ich wollte eigentlich ein kleines tour video machen habe dann aber festgestellt dass mein funk micro beziehungsweise dieses kabel davon den kabel bruch hat und habe dann sein lassen manchmal hat man aber einen knoten im kopf und ich kann ja dieses micro von der funkstrecke direkt benutzen und deswegen jetzt diese kleine vorstellung ich war unterwegs gewesen zu den sinkschweden kurz vor sonnenuntergang jetzt mache ich hier einfach noch ein paar fotos zum abend hin und ihr könnt euch jetzt einfach mal die videos angucken von den sinkschweden und am ende denn die fotos sie heute machen konnte mehr moderation gibt es nicht ich danke euch für zuschauen und beim nächsten mal läuft es wieder besser denn euch einen schönen abend so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018